Was war denn nun, als das Wort war rauskam? Es gab mehrere Probleme und doch gab es dann den Frieden auf Erde. Es gab den ersten, zweiten, dritten. Doch wenn man die Zahlen anschaut, kommt bei A der schreckliche Name Adolf raus. War, war, war. Heutzutage nimmt dich fast keiner mehr wahr, weil du früher vielleicht gelogen hast. Und nur Geschichten erzählt hast, was wahrscheinlich nur Lügen waren. War, war, war. Was ist heutzutage wahr? Die Medien erzählen nur Lügen oder manchmal die Wahrheit. Was war denn bloß und die Welt lasst manchmal los, weil sie eben nicht wissen, was sie tun. War, war. Nun sag uns du oder er, sie, es. Die Wahrheit ist doch nicht so schwer. Einige trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen. War, war. Und nun, was ist jetzt die Wahrheit? Über die einigen, die du nicht kennst. War, war, war. Was ist heutzutage wahr? Die Medien erzählen nur Lügen. Oder manchmal die Wahrheit. Text über wahr. Wahr ist wahr. Wahr oder Wahrheit. War aber gelogen. War alles vorgelogen. War damals sehr schrecklich. War der erste, zweite, dritte. War oder par. War nur der erste, zweite, dritte Weltkrieg. Und der Krieg geht weiter. Jungstern. Engstern. Untertitelung des ZDF, 2020